Deutschland und das Vereinigte Königreich haben eine wichtige Führungsrolle übernommen. Als größter europäischer Geber für die Ukraine haben wir entschlossen reagiert und Entscheidungen getroffen, die früher vielleicht unvorstellbar gewesen wären. Der Entschluss Deutschlands, der Ukraine so große militärische Unterstützung zu kommen, zu lassen, ist überaus mütig, wichtig und willkommen. Untertitelung des ZDF, 2020